Nach allem, was die Polizei bislang weiß, musste dieser junge Mann sterben, weil er einen Streit schlichten wollte. Er wurde erstochen, mitten in der Frankfurter City. Mit diesem Butterfly-Messer, Klingenlänge 10 cm. Heute Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Täter. Ins Frankfurter Landgericht kommen auch Freunde und Verwandte des Opfers. Sie tragen T-Shirts mit dem Bild des Getöteten, um ihre Trauer zu zeigen. Und ihre Wut auf den Mann, der für Mohammeds Tod verantwortlich sein soll. Der Junge hat unsere ganze Familie zerstört. Und wir wollen auch nur, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Das 21-jährige Opfer hatte noch so viel vor im Leben. Der hat seine Ausbildung angefangen. Der wollte heiraten und eine eigene Wohnung. Der hatte viele Wünsche. Es passiert in den frühen Morgenstunden am 24.08. letzten Jahres in Frankfurt-Sachsenhausen. Das spätere Opfer trifft zusammen mit Freunden auf eine Gruppe Jugendlicher. Es gibt einen Streit, dessen Grund bis heute ungeklärt ist. Doch offenbar versucht Mohammed, die Streitenden zurückzuhalten, zu bremsen. Und bezahlt ausgerechnet dafür mit dem Leben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Totschlag vor. Er soll im Rahmen einer vorherigen verbalen Auseinandersetzung, ohne dass noch eine Notwehr- oder Nothilfelage vorlag, ein Messer gezogen haben und so dann den Geschädigten tödlich verletzt haben damit. Das war ein Stich, der den Lungenlappen durchstochen hat und in das Herz eingedrungen ist. Der mutmaßliche Täter heißt Ali N., ist 19 Jahre alt und legt heute vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Auf Anraten seiner Verteidiger entschuldigt er sich bei der Familie des Opfers, was jedoch zu empörten Zwischenrufen im Saal führt. Ich will nur, dass er seine gerechte Straf kriegt. Und seine Entschuldigung kann er sich sparen. Dadurch kommt er auch nicht wieder. Schon bei der Trauerfeier für den 21-Jährigen im vergangenen Jahr wurde deutlich, wie tief der Schmerz in der Familie des Getöteten sitzt. Wie kann er ihn einfach ins Herz stichen? Obwohl er nur schlichten wollte. Der andere hat Stress gemacht, der andere hat Stress gemacht mit den Leuten. Er wollte schlichten und er kriegt halt das Messer in sein Herz rein. Mein Bruder, falls Sie die Fotos von Ihnen gesehen haben, der hat immer gelacht. Es gab keinen Moment, wo ich meinen Bruder sauer gesehen habe oder beleidigt gesehen habe. Das ist einfach ein Goldjunge. Weil Ali N. zur Tatzeit erst 18 Jahre alt war, wird er voraussichtlich nach den Vorschriften des Jugendstrafrechts bestraft werden. Das bedeutet, ihn erwarten im Höchstfall zehn Jahre Gefängnis. Der Prozess um den Tod des 21-Jährigen Mohamed Hassan wird noch mehrere Wochen lang dauern. Mitte April könnte ein Urteil gesprochen.